Hallo zusammen, hier ist Konstantin und für fast zwei Jahre war ich der Creator und Host von diesem wundervollen Funk-Format namens Crisis hinter der Front. Aber auch die schönsten Zeiten gehen mal vorbei. Ich habe mich dazu entschlossen, in Zukunft nicht mehr bei Funk zu sein, sondern mehr Zeit in meinen eigenen YouTube-Kanal zu investieren. Und glaubt mir, diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich lasse Crisis in guten Händen. Und deswegen freut es mich, dass ich euch heute meine Nachfolger als Hosts von Crisis vorstellen kann. Zum einen Fabi, der eine oder andere von euch kennt ihn aus der Ukraine-Videos und Cosima, deren erste Reise für Crisis sie nach Schweden geführt hat. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Zeit dabei wart bei Crisis und bleibt dem ganzen Format bitte treu.